Schafft die neue DMR 500 Meter? Das ist jetzt geisteskrank, wir gucken mal. Oh, ich muss niesen. Ich muss niesen, egal, wir probieren's. 500... Oh! Ah, nee. Ich glaub, das ist zu weit weg, ne? 500 Meter. Wir probieren's noch ein paar Mal. Oh, doch! Okay. 500 Meter geht mit der DMR. Sehr, sehr wild.